Ja, also dadurch, dass ich Steffen Baumgart kenne, weiß ich, dass der da keine 95% erwartet, sondern 100%. Und dann Moinzen zum Video vom Spiel Stuttgart gegen Köln. Samstag 15.30 Uhr ist der Spieltag und ich habe einen Gast am Start, ich freue mich sehr. Ich habe den Jan Niklas am Start, vor allem bekannt bei vielen Kölnern, wahrscheinlich auch von der Instagram-Page, da bist du auch recht groß. Ja, stimmt, ich habe 13.000 mittlerweile, also bin ich schon sehr stolz drauf, muss ich echt sagen. Genau, und der Kollege macht auch quasi dasselbe, wie wir es so oft hatten mit Nico, mit Felicia und so weiter, machen ja alle zu unserem Verein alles, was es so gibt. Also ich habe auch Stadion Fox gesehen, die Live-Reactions, Köln News, da ist alles am Start und ich lege natürlich heute den Fokus auf Köln, weil VfB wisst ja das meiste schon, Köln natürlich absolut nicht. Ich würde mal loslegen mit dem Spieler, der mich immer noch so ein bisschen, ja, eine Nacht aufweckt, weil ich war damals auch da beim Hinspiel von uns, das 0-1, da irgendwie, ich glaube 15.000 war damals zugelassen, irgendwie 500 aus Stuttgart, das waren die Corona-Zeiten noch damals und dann kam es. Also das war ja ein unterirdisches Fußballspiel, ein richtig schlechtes 0-0 und dann 90. kommt Modest. Also was ist mit dem passiert? Letztes Jahr noch irgendwo ausgeliehen nach Frankreich, glaube ich. Jetzt kommt er dann wieder, eigentlich schon fast abgeschrieben. Und was lese ich hier? 19 Tore und 24 Scorer. Also erklär mir Modest. Tatsächlich muss ich das schon sehr, sehr oft bei vielen erklären, aber ich habe da auch selber irgendwie, also selbst alle Köln-Fans, die man hier fragt, auch im Umfeld, die sagen alle, wir wissen selber nicht, was der auf einmal. Also das ist echt, keine Ahnung, anscheinend hat Baumgart irgendein Mittel gefunden, was die anderen Trainer, wie Markus Gisdol, Markus Anfang, also ich kann da, Achim Bayerlorzer, die haben alle den nicht irgendwie wachgekriegt und dann kommt so ein, ja, muss erst ein Rostocker kommen, um dann sozusagen den Anthony Modest wieder wach zu küssen. Also es ist wirklich, ja, ich meine, wir freuen uns mega, dass er wieder so ist, wie er auch zu 16 war. Also von daher, wir sind einfach happy, dass er so zurzeit wichtig ist, obwohl man auch sagen muss, die Kölner sagen auch immer, naja, es ist auch gefährlich, wenn man einen hat, der immer nur die Tore schießt. Also wir würden uns schon freuen, jetzt so langsam kommt auch ein Florian Kainz, der auch mal Tore schießt oder auch ein Marc Uth. Aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn dann auch mal ein anderer die Tore schießt. Aber zurzeit sind wir sehr, sehr froh, dass wir ihn haben und auch wieder performt, definitiv. Gibt es da irgendwie Angst, dass der abgeworben werden könnte? Damals ist es ja auch ziemlich random, ich glaube, nach China war es damals. Also gibt es da jetzt gerade Gerüchte oder ist es recht sicher, dass der, ich sage mal, auch auf seine alten Tage bei euch bleibt? Also zurzeit wird schon wieder spekuliert, muss man ganz klar sagen. Ich meine, das ist ja bei allen Spielern so, die gute Leistung bringen und auch Tore schießen. Das Problem ist halt, sein Vertrag läuft 2023 aus. Und da sagen schon viele FC-Fans auch, dass man den auf jeden Fall verlängern sollte. Der FC zögert allerdings noch ein bisschen damit, weil er halt auch jetzt schon ein gewisses Alter hat. Ich meine, wer jetzt 33 wird, 34. Ich kann aber auch sagen, ich lege mich da jetzt einfach mal so fest. Also ich weiß nicht genau. Aber er ist schon ein gutes, sagen wir schon, ein gutes Alter, wo man auch vielleicht auch überlegt, die Karriere zu beenden. Daran denkt er aber noch nicht, hat er zumindest schon öffentlich gesagt gehabt. Ja, wie gesagt, also ich persönlich würde auf jeden Fall noch mal ein Jahr verlängern, dass er bis 2024 bleibt. Was danach ist, ich würde bei so einem älteren Spieler immer Jahr für Jahr gucken. Und das selber sagt er ja auch. Er guckt immer Jahr für Jahr, wie seine Knochen hat noch mitmachen, sag ich mal. Er war ja in dieser Saison auch kein einziges Mal verletzt. Also von daher scheint er ja auch wirklich fit zu sein. Ich meine, das sieht man ja auch an seiner Leistung. Und deswegen, also eigentlich wünschen alle FC-Fans, dass bald die Verkündung kommt. Es wird ja wahrscheinlich Ende der Saison sein, dass dann eine Entscheidung feststeht, was mit ihm im Sommer passiert. Aber eigentlich sind da sich alle einig, dass er sehr, sehr gerne auch in Köln bleiben darf. Ja, was natürlich auch sehr viel hilft. Ein anderes Thema ist europäischer Wettbewerb. Den habt ihr euch jetzt offiziell gesichert gegen Wolfsburg. Die Conference League ist schon mal klar, Europa League ist noch drin. Wie ist das passiert? Und wie viele Aktien hat da auch der neue Trainer Baumgart, dass ihr es geschafft habt, nach Relegation nächste Saison einfach europäisch dabei zu sein? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Steffen Baumgart einen Riesenanteil daran hat. Also er hat wirklich fast jeden Spieler wirklich sehr, sehr, ja eigentlich verdreifach verbessert. Also was der dieses Jahr wirklich gemacht hat, das war Wahnsinn. Das habe ich ihm nie im Leben zugetraut. Als er kam, habe ich noch gesagt, ja gut, er hat ja erstmal große Sprüche aufgekloppt und alles. Dann habe ich gesagt, ja gut, die hatten wir auch in Köln. Und danach kam aber nicht mehr viel. Okay, so und deswegen war ich eher noch der Ruhepuls, sage ich mal. Ich habe dann noch gesagt, okay, komm, mal gucken, wie er so arbeitet. Aber jetzt haben wir ja den 34. Spieltag bald und die Saison ist ja jetzt vorbei. Und man muss einfach sagen, einfach eine klasse Arbeit gemacht. Klar, die Spieler sind auch jetzt vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, irgendwie haben sie sich vielleicht noch, ja, vielleicht selbst auch im Inneren, irgendwas ist da passiert, keine Ahnung. Ich würde jetzt nicht nur sagen, dass der Trainer, weil die Spieler müssen ja am Ende auch die Leistung abrufen, sage ich mal. Und vielleicht hat sich da auch irgendwas im Kopf verfestet oder verändert, dass man da vielleicht, oder auch die Führung, wie jetzt Lubicic zum Beispiel, in 19 Gängen, Lubicic, Uth, dass die vielleicht auch nochmal den Kader oder in der Mannschaft allgemein nochmal das Gefüge gestärkt haben. Aber das ganze gesamte Team eigentlich, also ich würde jetzt nicht den Trainer alleine das Lob aussprechen, sondern einfach das gesamte Team hat einfach in dieser Saison einfach überragende Leistungen gebracht. Ja, 100 Prozent. Nach dem Last-Minute-Rettung in der Relegation, also um in die Relegation zu kommen. Die Relegation war dann im Rückspiel zumindest recht klar dann in Kiel. Und dann Baumgart, also ich war, ja, ich glaube schon, Baumgart ist ein cooler Trainer. Ich glaube, der war bei uns auch mal als Gerücht da, bevor wir Matarazzo geholt haben, also nach dem Walter-Rauswurf. Aber was ich mir irgendwie im Kopf dachte, wir hatten es oft, dass Mannschaften halt von einem Mentalitätscoach gepusht werden und irgendwann fällt das ab. So, man kann eine Mannschaft nicht über 34 Spieltage auf 180 Prozent halten. Und das hat er halt scheinbar doch geschafft. Das ist schon, ich hätte echt gedacht, dass Töllen irgendwann ein bisschen tabellarisch ein bisschen runterrutscht halt und nicht diesen Hype die ganze Zeit fahren kann. Aber faszinierend, wie das mit Baumgart nonstop ging. Auch das Spiel gegen Mainz zum Beispiel, 0-2 hingelegen, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch gedreht, das ist ja absolut Wahnsinn. Diese Comeback-Qualitäten, sag ich mal, ne? Das stimmt, ja. Deswegen nach 2-0 habe ich auch bei Mainz, ich habe es ja wieder live kommentiert gehabt, dann habe ich auch noch im Stream gesagt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das noch drehen, ne? Und dann haben wir es wirklich noch hingekriegt. Also, wie du schon sagtest, ich habe nämlich auch gesagt, naja, vielleicht kommt der Anfang der Rückrunde oder am Ende noch kommt irgendwie, dass die Mannschaft, weil Baumgart-System ist ja wirklich sehr, sehr intensiv. Also die laufen ja wirklich direkt an, und das geht schon ordentlich in die, ja, geht schon ordentlich in die Knochen, sag ich mal. Und da habe ich halt schon gedacht, okay, irgendwann entweder kriegen wir total viele Verletzte, weil alle irgendwie, keine Ahnung, die Bänder kaputt haben oder irgendwas. Aber es ist ja wirklich, wir haben wenig Verletzte gehabt und irgendwie haben wir wirklich auch, wie du schon sagtest, wir waren ja ständig oben. Also wir haben ja wirklich, wir waren ja selten mal auf Platz, ich glaube, wir waren nie auf Platz 15 oder 14 oder 13, wir waren immer Elfter, Zehnter, dann auch mal Sechster, dann wieder Siebter, dann mal Fünfter. Also wir sind ja wirklich immer im Oberhalb oder nicht im Wendel überhaupt, in der Mitte oder überhalb der Tabelle gewesen. Also von daher hätte ich auch nicht gedacht, dass wir da wirklich so konstant in der Tabelle bleiben. Und hättet ihr Wolfsburg geschlagen, um darauf kurz zu kommen, 0 zu 1 verloren gegen Wolfsburg, hätte die geschlagen, wäre tatsächlich auch noch am letzten Spieltag eine Chance für Champions League da gewesen, verrückterweise. Ich will auf nach dem Spiel eingehen, weil es wurde auch so ein bisschen kontrovers diskutiert, gerade auf Twitter, Social Media vor allem da immer groß, der Platzsturm. Ich verstehe es emotional, dass man sagt, ey, Relegation, jetzt spielen wir europäisch, letztes Heimspiel, wenn nicht jetzt, wann dann? Aber selbst die Spieler hatten ja offensichtlich keinen Bock drauf. Ich habe noch Bilder von einem Hector auf dem Boden und sowas vor mir. Oder auch danach wollten die Fans auch die Mannschaft haben, die haben gesagt, nö, wir bleiben hier, wir haben noch ein Spiel zu spielen, wir haben da keinen Bock drauf. Wie stehst du zu dem Platzsturm? Also ich wurde ja auch im Stream darauf angesprochen, ob ich glauben würde, dass ein Platzsturm entstehen würde oder könnte. Der FC hat ja vorsichtshalber sogar, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht, dass der Platz betreten wird, weil es halt auch Kosten verursacht. Haben dann extra noch, eigentlich machen die das immer nur bei Derbys oder ja, bei Derbys, extra noch die Zäune hochgefahren gehabt, dass die nicht darüber springen können. Sie haben es trotzdem geschafft. Jetzt, wo wir dann verloren haben, habe ich dann noch gesagt, dass ich nicht glaube nach einer Niederlage, dass wir jetzt, weil wir haben eigentlich, ja, wir haben verloren und wir haben eigentlich einen europäischen oder die Europa League haben wir somit fast verloren. Gut, wir können sie noch schaffen, wenn wir auf andere hoffen. Aber ich persönlich war eigentlich mehr enttäuscht nach dem Spiel. Also ich war eher so wie die Spieler, die eher sich nicht darüber freuen können, dass wir jetzt international spielen nächste Saison. Dann eigentlich habe ich eigentlich diese Chance, klar, Champions League, das war utopisch, das wäre sowieso, aber das haben vielleicht nur ganz, ganz wenig Kölner geglaubt, dass das möglich ist. Aber ich war viel, viel mehr enttäuscht darüber, dass wir einfach es nicht mehr in der eigenen Hand haben, die Europa League zu schaffen. Und das, ich war mehr enttäuscht über das Spiel, dass wir die ganzen Chancen nicht genutzt haben und zwar sofort, als jetzt zu feiern, dass wir international jetzt dabei sind. Und zwar jetzt im Nachhinein freue ich mich darüber, weil man die gesamte Saison sieht. Noch kurz, um deine Frage zu beantworten, wegen dem Platzsturm, was ich dazu sehe, 2016 gab es ja auch den Platzsturm. Das feiern die Kölner eben, als wenn es eine Meisterschaft gewesen wäre. Klar, es gibt auch viele, die sagen, ey, wenn Bayern oder Dortmund jedes Mal die Qualifikation für die Champions League so feiern würde, dann gäbe es ja jede Saison gefühlt einen Platzsturm. Bei Köln ist es halt noch mal was anderes, weil es ist halt nicht alltäglich, dass man jede Saison international spielt. Wenn man jetzt auch überlegt, 2016 war es das letzte Mal, also das ist auch wieder ein paar Jahre her. Ja gut, ich meine, Emotionen, Köln ist ja sowieso eine sehr emotionsreiche Stadt, sage ich mal. Also von daher kann ich das schon verstehen. Trotzdem, nach der Niederlage jetzt, hätte ich es trotzdem nicht erwartet. Also ich hätte echt gedacht, dass es deswegen jetzt keinen Platzsturm gibt, weil wir halt verloren haben. Aber anscheinend war das den meisten Fans egal und haben dann gedacht, ne, wir machen es trotzdem. Gut. Ich persönlich hätte jetzt nicht den Platz gestürmt, bin ich ehrlich. Weil ich da einfach in dem Moment zu enttäuscht gewesen wäre über die Niederlage. Ja, glaube auch. Also da gehe ich mit. Also emotional, ja, wahrscheinlich war es gefühlt schon klar so, wir spielen europäisch, letztes Jahr schon, wir machen halt den Platzsturm, aber das Ergebnis gibt dem halt so ein komisches Ding. Aber man muss halt auch sagen, das ist was anderes. Das ist wie jetzt, wir waren jetzt in München am Sonntag, da wurde in Köln die Conference League mehr geführt, als wenn die Münchner da zum zehntausendsten Mal Meister werden. Da war das halbe Stadion leer, da kam tatsächlich offiziell die Durchsage, bleib doch bitte da, die Meisterschale wird bald überreicht. Das ist halt einfach emotional was ganz, ganz anderes, deswegen irgendwo auch zu verstehen. Und Conference League muss es ja nicht bleiben. Also wir sprechen mal positiv für Köln, weil wir als VfB wollen es natürlich nicht am Samstag sehen, aber die Chance ist noch da, wenn Union nicht gewinnt. Also selbst ein Punkt, wenn auch möglich, weil es Torverhältnis quasi identisch ist, ich glaube ein Tor unterscheidet euch und Union, dann könntet ihr es noch schaffen mit einem Sieg bei uns. Also wie glaubst du, ist so ein bisschen meine Frage, um mir ein bisschen Hoffnung zu machen, vielleicht auch für Samstag, wie glaubst du, wie motiviert gehen die Kölner ran an das Spiel? Wie viel Vollgas wird da drin sein, damit wirklich noch diesen Sieg mitnehmen und noch eine Chance auf die Euroleague irgendwie aufbewahrt? Ja, also dadurch, dass ich Steffen Baumgart kenne, weiß ich, dass der da keine 95% erwartet, sondern 100%. Also von daher wird er da auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nur die B-Elf auflaufen lassen, weil er sagt, naja, wir haben ja schon die Conference League sicher. Nein, er will die Europa League und er will auch das letzte Spiel der Saison auch mit einem Sieg krönen. Egal jetzt mal, wie Union spielt, er will trotzdem die drei Punkte haben und deswegen wird er auch mit der kompletten normalen Startelf, gehe ich mal von aus, ja, auch spielen. Und auch so werden die Spieler natürlich, denke ich, auch von Baumgart aus trainiert und auch selber werden die Spieler das in ihren Köpfen haben, dass wir heute gegen den VfB natürlich oder am Samstag gegen den VfB dann auch wirklich da 100% abliefern, um dann das letzte Spiel auch zu gewinnen. Um dann, wie gesagt, zu gucken, vielleicht spielt der Union dann so, dass wir da vielleicht doch noch reinrutschen, aber das ist halt das, was ich sagte, man kann sich auch nicht auch anders, ich hätte auch nicht gedacht, dass Union gegen Freiburg, ich glaube, 4-1, im Leben nicht, gewonnen hat. Also das war auch für mich total überraschend, muss ich sagen. Also ich habe da eher unentschieden getippt, weil ich gedacht habe, beide werden sich da nicht viel nehmen, aber dass es am Ende so deutlich wird, hätte ich echt nicht gedacht. Ja, worauf wir so ein bisschen hoffen müssen, für den Spielverlauf vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob sie es über die Leinwände zeigen werden während dem Spiel, tipp mal das Union-Spiel schon, ob sie härter zeigen, mal gucken, aber was wir halt hoffen müssen, ist, dass Union halt recht früh das Ding klar macht, dass recht früh auf dem Platz auch den Leuten klar ist, hier ist Conference League und mehr ist hier nicht und wir halt dazu vielleicht ein bisschen mehr Push bekommen, weil bei uns geht es ja auch noch um ziemlich viel. Also wir hatten natürlich schreckliche Spiele gegen Berlin, gegen Wolfsburg, war auch bei beiden am Start, das war unterirdisch und dann holst du auf einmal einen Punkt in München, der wirklich verdient war, ein geiles Spiel gewesen und jetzt hast du die Chance, wenn Berlin in Dortmund verliert, was irgendwo realistisch ist, das nehmen wir mal als gegeben und wir gegen euch gewinnen, dann sind wir punktgleich mit Berlin und weil die ein deutlich, deutlich schlechteres Torverhältnis haben, kommen wir noch auf Platz 15. Ich werde natürlich jetzt die Frage stellen, ob du glaubst, dass wir euch besiegen und auf Platz 15 kommen, aber wie hast du so ein bisschen den Abstiegskampf verfolgt da unten? Ja, also sagen wir es mal so, ich habe natürlich ein bisschen auch dahin geguckt, auch wenn man natürlich auch froh war als Kölner, dass man jetzt nur zugucken muss und nicht noch mithoffen muss, so wie letzte Saison. Ja gut, man war ja erst mal mit Fürth, war es für mich auch klar, dass die das nicht schaffen. Also ich meine, gerade die Hinrunde hat ja gezeigt, die Rückrunde haben sie meiner Meinung nach ganz gut gespielt gehabt und Bielefeld war immer ein Kandidat, genauso wie der FC Augsburg. Was ich nicht gedacht hätte, sage ich so offen, wie es ist, mit Stuttgart, hätte ich nicht gedacht, dass die so tief da drin stecken tatsächlich. Klar, vielleicht, dass sie mitspielen, aber jetzt nicht, dass sie wirklich nicht so viele Punkte haben. Fand ich persönlich echt überraschend, muss ich echt sagen. Ja, und sonst habe ich nicht so viel tatsächlich gesehen. Nein, aber ja, wie gesagt, mit Hertha, gut, eigentlich finde ich das auch persönlich immer sehr überraschend, weil die ja eigentlich sehr, sehr viel Geld immer Anfang der Saison bekommen und dann so wenig aus dem Geld machen. Finde ich persönlich auch überraschend, dass die da immer Jahre für Jahre da unten drin hängen. Ja, das waren die verschiedensten Umstände. Ich glaube, die meisten VfB-Fans hätten es auch nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, wo ich uns getippt habe. Ich glaube, vor der Saison eine Prognose auf 13 oder 12 getippt oder so. Also nichts Besonderes, aber jetzt auch nichts irgendwie tiefen Abstiegskampf. Ich habe auch die Prognose mal abgegeben, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau Anfang der Saison, wo ich jetzt den VfB-Stuttgart auch eingetippt habe. Also müsste ich nochmal nachgucken. Das habe ich jetzt auch nicht mehr genau im Kopf. Ja, da ist halt einiges auch schiefgelaufen, was jetzt halt Verletzungen angeht, was Corona-Infektionen angeht, was Spielverläufe angeht und dann eben auch jetzt zum Schluss mit trotzdem quasi der Top-11. Ja, ja, genau. Das war wirklich, also da hoffe ich mal am Samstag, dass es besser wird als das 0-0 damals, weil das war wirklich mit eines der schlechtesten Saisonspiele überhaupt. Das war wirklich ein langweiliges 0-0. Ich bin sehr gespannt auf Samstag. Die Hütte ist seit einigen Wochen ausverkauft. Ich tippe mal, dass es auch aus Köln das Ding ausverkauft sein wird. Der Auswärtsblock ist jetzt nicht die ewige Auswärtsreise. Ja, ich habe schon gehört, dass es ausverkauft. Ja, dann wird das eine sehr, sehr geile Stimmung. Natürlich nicht egal, wie es ausgeht, aber von Beginn an ist es ja erstmal noch ein 0-0. Von Beginn an wird es eine geile Stimmung sein. Zum Abschluss noch deine Prognose ergebnistechnisch. Was tippst du am Samstag? Also ich glaube, dadurch, dass man ja auch gesehen hat, gerade im Hinspiel, dass der FC sich immer schwer tut gegen deutsche Mannschaften, die auch unten spielen. Wir haben auch gegen Fürth nur einen Punkt geholt gehabt in der Rückrunde jetzt. Es ging 1-1 aus. Auch gegen Bielefeld, gut, da haben wir jetzt 3-1 gewonnen, aber auch da waren viele, da hätte es auch 2-2 ausgehen können. Also auch da haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Also allgemein, was das Thema unten angeht, tun wir uns schwer, muss man ganz klar sagen. Trotzdem glaube ich, dass allein bei der FC natürlich das Spiel nicht abschenken will und allgemein auch noch vielleicht die letzte Möglichkeit haben wird, vielleicht doch noch die Europa League mitzunehmen anstatt die Conference League, könntest du mir vorstellen, dass es ein knappes 1-0 für den FC wird. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass der VfB Stuttgart sagt, nee, wir haben mehr zu verlieren und das glaube, so denke ich auch, dass der VfB Stuttgart mehr zu verlieren hat als der FC. Weil wenn der FC verliert, dann sagt man trotzdem, es war eine geile Saison. Ja, eben. Wenn der VfB Stuttgart verliert, dann wird der VfB Stuttgart sagen, weil sie dann in der Relegation sind oder vielleicht auch dann auf Platz, nee, Platz 17, doch, geht auch, ne? Geht auch, da vermisst halt Bielefeld, glaube ich, 4-0 gewinnen und ihr müsstet 4-0 gewinnen. Also die müssen so sieben, acht Tore aufwollen im Torverhältnis. Bielefeld, das ist recht utopisch. Zum Glück. Ja, also wird es eher der 16. Tabellenplatz dann. Ja. Trotzdem wird man als Stuttgarter dann nicht zufrieden sein mit der Saison. Ja. Also das ist klar. Trotzdem glaube ich, dass der FC in 1-0, denke ich, macht. Es wird wieder knapp. Ja. Knapp wird es auch. Ich muss natürlich knapp für uns tippen. Also ich hoffe mal und gehe auch irgendwo davon aus, dass die Nebenschauplätze mehr oder minder für uns laufen. Also ich sehe es aktuell nicht, dass Union das Spiel nicht gewinnt gegen Bochum und halt noch viel wichtiger, ich sehe auch nicht, dass Berlin irgendwas holt in Dortmund aktuell. So Haaland-Abschied, vielleicht macht er noch mal ein paar Hütten. So ich bin da, da bin ich recht positiv. Ob wir das Ding gegen Köln gewinnen, ist schwierig. Wir haben echt auch keine gute Heimstatistik gegen euch. Wir sind auswärts eigentlich besser in Köln als zu Hause gegen euch. Musst aber trotzdem irgendwie auf ein enges 2-1 tippen. Die Fans müssen uns da, wir als Fans müssen die Mannschaft wie immer tragen. Das Spiel, wenn du so spielst wie in München, ist für jeden Gegner was drin. Das war schon sehr, sehr stark. Aber das ist halt das typische Bild von machen sie es wieder wie in München. Weil wir haben die Wochen davor gesehen, auf einmal so ein Spiel in München. Dann ist ja die Frage, wie sieht es dann gegen Köln aus? Aber ich würde sagen, wir gehen das Spiel am Samstag an. Ich bedanke mich, dass du hier am Start warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bei dir natürlich alle Links in der Beschreibung, checkt den Kollegen ab. Ich kriege natürlich auch die weitere volle Tröhnung VfB vom Spiel gegen Köln am Samstagmittag. Im Stadion-Flog dann auch. Und dann hoffen wir, dass es dann schon vorbei ist. Sonst müssen wir in Relegation und holen uns dann hoffentlich Tipps von euch nochmal ab. Ihr habt es ja schon mal hinbekommen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.